Hey Mike, du siehst traurig aus. Dass die Kids nichts mit dir zu tun haben wollen, siehst du viel zu negativ. Kannst du die Musik leiser machen? Ist ja eigentlich auch negativ, oder? Positiv ist wirklich was anderes. Michael O'Donnell hat das Gefühl, das Leben sei an ihm vorbeigezogen. Ich wette, Sie würden alles gern nochmal machen. Da haben Sie so recht. Aber in einem außergewöhnlichen Moment gelingt es ihm, die Uhr zurückzudrehen. Und wieder 17 zu sein. Ganz und gar. Das gibt's nicht. Ich bin geschockt. Und ich bin erst geschockt. Ich pubertiere. Das ist meine Chance, mein Leben nochmal zu leben. Aber diesmal richtig. Ich gehe wieder zur Highschool, Mann. Komm bloß nicht auf die Idee, mich da irgendwie mit reinzuziehen. Ich möchte meinen Sohn anmelden. Alles geschmeidig? Er ist wieder in der Schule. Was sind das für Klamotten? Das ist hip. Machst du einen auf Cape Fet? Und er ist wieder im Spiel. Was isst du da? Keine Ahnung. Ich hab nur Hunger. Und das send ich. Jetzt. Meine Tochter hat einen Freund? Warum gehst du mit ihm? Er schikaniert deinen kleinen Bruder. Wer denkst du bist du? Mein Vater? Bekommt er eine letzte Chance. Es geht nicht um mich, sondern darum, meinen Kindern zu helfen. Alles in Ordnung zu bringen. Wie war's? War ziemlich ausgeglichen. Auf YouTube sieht's aus, als würdest du den Arsch verkriegen. Von Warner Brothers Pictures. Wenn man jung ist, kommt einem alles gleich vor wie das Ende der Welt. Doch das stimmt nicht. Es ist erst der Anfang. Wenn ihr euch nicht selbst respektiert, wie könnt ihr dann von anderen erwarten, dass sie euch respektieren? Hm. Dann respektier mich nicht. Nein, respektier mich nicht. Du musst dir nicht mal meinen Namen merken. Da müssen andere Väter durch. Seventeen Again. Back to High School. Demnächst im Kino. Wenn die improve von euch macht, dann schau dir das alles gerne mal wieder nachquen mit. Haben.